Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. So, wir müssen jetzt erstmal schön frühstücken. Was machen wir jetzt? Jetzt einfach mal den Hasen. Ja, läuft. Ohne Krankheit? Sehr schön. Und ein Schluck Wasser. Haben wir noch was im Beutel? Jo, 44%, 16%. Jetzt müssen wir mal hoffen, dass es wieder ein bisschen mehr regnet. So, gut genährt, gut gestärkt. Gehen wir jetzt rüber Richtung da drüben und sprengen wir mal ein bisschen Bäume, weil das haben wir ja gesagt, dass wir hier noch ein bisschen Zeit verbringen. So, ich muss mich ein kleines bisschen beeilen. Warte mal, Sticks sammeln. Vier habe ich dabei. Ja, da fehlt jetzt noch einer. Genau. Das müssen wir auch noch fertig machen, siehst du? Genau. Das kann man ja nebenbei machen. Das ist ja unser Trockengestell. Sehr schön. Steine sind aber auch voll. Aber wir haben momentan kein Steinprojekt irgendwie, gell? Dann erleichtere ich mich mal. Von den Steinen natürlich. So, sechs Sticks bräuchte man rein, theoretisch insgesamt noch. Und den einen Stick, den habe ich da in der Höhle vergessen. Perfekt. So, kurz die Basenstelle. Hier, die bauen das immer wieder auf. Die ist so freundlich. Aber das beschert mir einen Stock. So. Genau, ich muss mich ein kleines bisschen beeilen, weil ich bin spät dran mit den Folgen. Ja, ähm. Basis heute, ja, nicht quasi. Es ist der 31. Und es ist die morgige Folge, also die heutige für euch. Ja, ich muss mich da ein kleines bisschen beeilen, weil ich bin ein bisschen in Verzug geraten. Aus diversen Gründen. Wochenende nicht da gewesen. War ich wieder mal in Nürnberg. War voll geil. Hat was Spaß gemacht. Das war richtig angenehm. So. Zack. So, so, so. Können wir gleich die Sticks noch nebenbei sammeln. So, wie sprengen die Bäume hier? Beziehungsweise, um warm zu werden, kommen wir vorerst nochmal zur anderen Falle. Dann nehmen wir noch den Wagen mit. Ja, ich brauche dein Fellgroßer und dein Fleisch. Ich muss ja auch ein bisschen überleben. Aber das läuft ganz gut mit deinen Kameraden, dass ihr da reinlauft. Sehr schön. Sehr gut. Aber pass auf, machen wir hier die zwei große Mal weg. Ja, um reinzukommen. Ja, was habe ich noch vor? Also, ich will auf jeden Fall die Plattform 106 Stämme, das werden wir heute in der Folge nicht schaffen. Ja, ähm. Ähm, genau. Wir werden heute ein bisschen an... Alter, das war knapp, gell? An der Base ein bisschen bauen. Also an dem Fundament. So. So, da werden wir ein bisschen dann rumberkeln. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ähm, dass wir nochmal eine kleine Tour machen. Ihr habt mir auch geschrieben, ähm, Richtung Schneegebiet, da soll es Wildschweine geben. Also am Rand eines Schneegebietes. Und, äh, da können wir ja mal hinlaufen. Nehmen wir nochmal einen Gleiter mit oder so? Warte mal, hier war doch irgendeine Ecke. Nee. Wo war sie? Quatsch. Es war auf dem Stein da drüben. Nein, 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 nein. Genau das wollte ich nicht. Aber nicht. Hier war nämlich das der Punkt. So, wo steht jetzt der... Hä? Wo ist mein Stamm? Ach, da. Guck an. Oh, nicht so weit weg. Ach ja, und dann hat sie mir geschrieben, damit er quasi die Ausdauer nicht so sehr verliert, haben wir doch einen Kassettenrekorder. Was haben wir denn da für Musik? Äh, Rick Gold, Strange Ability and Wisdom. Oh, pass auf. Hochen wir mal rein, oder? Nee, Quatsch, ausrüsten. Hochen wir mal rein, oder? Oh, ist ein bisschen rockiger. Eigentlich voll geil. Ich hoffe, das lockt keine Bieste an. Da-da-da-da-da. Da-da-da. So, wir werden noch stehen hier rein. Das motiviert auch. Pass auf, da können wir gleich mal die ersten Hasis reinhängen. Warte mal, da haben wir die Echsen, dann machen wir hier die Hasis. Zack, zack. Sehr schön. Da-da-da-da-da-da-da. Ist das schon da? So. Ballerino. Casparino. Das ist wie auf der Arbeit. Mit Arbeit läuft die Musik besser. Nee, Quatsch, andersrum. Mit Musik läuft die Arbeit besser. So, dann ist auch schon vorbei. So. Kriegen wir aber. Aber gucken wir gleich die nächste Kassette an. Oder hören sie uns an? Wir gucken ja nicht. Ausrüsten. Ups. So. Pass auf. Zack. Ausrüsten. Die Mucke erinnert mich irgendwie an den 80er-Jahre-Action-Film. Oder so eine Trainings-Session von Rocky. Voll geil. So. Voll gut. Voll gut. Idee, die Mucke erinnert mich. Idee, die Mucke erinnert mich. Check. Warte mal, weil wir hier die ganzen Steine rumliegen. Machen wir mal den Korb schon mal voll. Können wir nebenbei noch die anderen einsammeln. So. Sprengen wir doch die gleich mal weg. Oh, jetzt fallen sie alle in die Richtung. Oh. Nee, warte mal. Gleich auf die Eins. So. Get in the hole. Würde ich sagen, mach mal die Reihe hier. Ich wollte eigentlich auf der anderen Seite Holz fällen. Kurzfristig umentschieden, weil das ist einfach mehr dran. Und es wächst ja gut nach. Da ist schon noch einer. So. Da geht noch was. 12 von Maxab gehen drauf, gell? Sehr geil. Yay. Super. Das war schon die zweite Kassette. Die Lieder gehen relativ lang, gell? Da haben wir doch was. Hat er noch so einen Pad dort? Also den haben wir gehört. Duelt. Lass er mal hören. So. Die haben wir jetzt gemacht. So. Haunting. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also ich hätte auch eine Doppeltür machen müssen. Aber das mit der Ausdauer ist echt klasse. Das funktioniert wirklich. Das ist stark. Echt gut. So. Also ich habe auch das Gefühl, dass es länger hält auf jeden Fall. So. Haben wir schon auf 94 verkürzt. Das ist doch geil. Warte mal. So. Läuft. Genau. Dann gehen wir nachher noch ins Schneegebiet. Aber ich hoffe, dass jetzt Tageszeit noch reicht. Ansonsten schlafen wir die Nacht. Okay. Oh, das wird schön. So. Das war es auch schon mit der Kassette. Fiel eigentlich nur noch. Stronghound. Lass mal her. Hat man die auch schon? Nee, hat man auch nicht. Oh, das ist gut. Aber das ist mit Abstand jetzt gerade das Beste, oder? Wie so ein Phil Collins-Hit eigentlich, ne? Was auch noch interessant wäre, wäre unsere Werte. Weil wir hatten 205, ne? Blips müsste die Angabe sein. Ich glaube, ich so die 90, 95 Kilo. Schauen wir mal gleich, wenn es die drum ist. Sehr stark. Ah, es wird wahrscheinlich gleich dunkel. Also, die nächsten 5 Minuten tippe ich mal. Nur mal so ein Tipp. Oh, wieder raus da. Oh, ich dachte, der hätte die Bäume auch noch mitgeslammelt. Aber nö. Hat er nicht. Nicht so schlimm. So. Da ist er. Ich habe die Orientierung verloren. Sehr geil. Na komm, warum hänge ich denn da? Da steckt sich noch einer. Wollte abhauen, aber den haben wir. So ist es, die Musik rum. Sehr, sehr stark. Da wäre wieder ein Lurch. Ich glaube, da sind schon wieder Viecher in die Falle gegangen. So. So, auf dem Holz wird den noch mit. Huch. Aber, was mich wundert, dass sehr, sehr wenig Regentage dabei sind. So, wir haben Hunger. Weißen wir mal kurz rein, oder? Ja, das schaut gut aus. Kann man hier einen Vogel erwischt? Na, gell? So, da würde noch einer passen, gell? Gleich sehen. Ja. Oh, warte, bevor ich den übersehe, leg ich ihn noch gleich zu den anderen. Ah, und ihr habt mir noch was geschrieben gehabt. Ähm, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, weil ich gerade hier die, ähm, die Baumstämme habe. Jetzt kann man irgendwie... äh, ein größeres Lager bauen, damit mehr gelagert wird. So, dann, da, das, das steht jetzt auch in Neugier. So, jetzt fangen wir noch schnell den Wagen halb rein. So, da drüber springen? Nö. Manchmal schnell die Baumstämme. So, da, 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 da. So. So, jetzt pass auf. Ähm, wir wollten nochmal ins Buch schauen, ja. Unsere Werte. Äh, Grundlagenfeuer, da, To-Do-Liste, Statistik. Da wird's drin sein. Gewicht haben wir nix verloren. Stärke, haben wir was dazu gewonnen. Unser Völlgefühl. Gut, wir haben ein bisschen Hunger, sind ein bisschen dihydriert. Das geht mit dem Schluck Wasser wieder weg. Energie. Ja, 80, 40, Tano. Das ist schon To-Do-List. Was hast du denn da? Ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen, ja. Ah, das läuft ja nicht weg. Das wird, denke ich, immer erst mal ein Dauerprojekt werden. Ja, das ist auch völlig cool. Nehmen wir hier so einen kleinen. Nehmen wir den. Denkt schon länger. So, jetzt wird's auch schon wieder dunkel, gell? So. Ja. So, müssen wir mal gucken. So, passt auf. Ich warte mal ganz. Wir wollen ja in Ruhe arbeiten. So, ich wollte ja noch mal ganz kurz gucken. Ah, wegen dem Baumspendern. Ihr habt gesagt, das kann man irgendwie größer machen, dass man mehr lagern kann. Huch, wo da rumgespringen und rumreden. So, 80 Stämme noch. Schau's da an. Voll gut. Die Zeit bei OBS spinnt mal wieder. Ich glaube, mir wird jetzt 19 Minuten angezeigt. Also knapp 19. Ja, das wird doch eine saubere Grundfläche. Da kann man noch ein paar Stufen mit dem. Ach, guck mal da drüben. Wo sollen wir hin? Der war im Zaun. So, jetzt wollte ich noch mal ins Buch gucken, ganz kurz. Äh, Lager, ne? Das kann man... Kann man das da oben drauf packen? Warte. Ich geh mal Richtung Lager. Wenn, dann kann ich mir das so vorstellen, dass man das irgendwie oben drauf legen kann, oder? Ne, es rotiert nur. Muss ich dafür irgendwas halten? Oder geht das nur bei Steinen? Geh mal weg vom Zaun. Der hat dir nichts getan. Uh, was ist denn das? Jetzt habe ich irgendwas. Steuerung alt. Das waren... Lass uns nochmal sehen. 50 FPS. Alter, sieht man mal, was... was gerade geht. An FPS. GPU aus Nutzung. 96 Prozent. Das ist aber schon ordentlich, oder? Wusste ich nicht, dass das geht. Sehr geil. Oder war das hier beim Stocklager? Ne, beim Steinlager, oder? Geh weg vom Zaun. Das ist aber Stress, ne? Ich weiß nicht, wie ich das... Ja, ich weiß. Das ist halt, ährgeleg. Was ist mit euch nicht richtig? Wissen Sie, wie man das dann macht, wenn man das verdoppeln kann? Dass man mehr lagern, als an einem Stellen lagern kann? Das wäre cool, weil jetzt... Ich weiß es nicht. Lass uns mal nicht beirren. Die Schleinzimmer. Uiuiuiui. Die kurbeln da jetzt ein bisschen rum. So. Ah, warte mal. Der kann, glaube ich, gar nicht schlafen, hä? Wenn da so Feinde sind. Aber wir haben ja rein theoretisch alles richtig gemacht und einen Zaun drum gesetzt. Ah, das war eine gute Idee. Weil es war schon fast klar, dass diese Deppen kommen. Wahrscheinlich auch zu viel Dynamite da verwendet. Das lockt, glaube ich, die Mutanten an, ja? So, jetzt war da mal... Können wir schon schlafen? Ne, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Warte mal, das ist hier die Schwachstelle. Nicht, dass sie jetzt von da oben reinkommen, ne? Weil da habe ich noch keinen Zaun gebaut. Das wäre ja jetzt echt interessant. Das wäre jetzt echt bitter. Hm. Nee, ich glaube, der lässt los. Ich glaube, der ist gegangen. Sehr gut. Nee, gut. Schauen wir, dass wir uns hinlegen. Dann würde ich die restlichen Baumstämme noch holen. Es sind, glaube ich, nur noch sechs oder so. Wir können uns noch nicht hinlegen. Hm. Ja, wir müssen jetzt kurz warten. Aber ich würde da nämlich loslaufen wollen. Da hockt einer. Der hätte jetzt den Nachbarn immer so aggressiv sein müssen. Es geht. Sehr gut. So, dann speichern wir auch schon mal. Nehmen wir mal kurz was. Die waren frisch, gell? Nee, die haben wir, die frisch haben wir reingehängt. Heute können wir uns mal diesen welchen und er schlückle den restlichen Stück Wasser, oder? Ja, war jetzt nicht ausgiebig und viel. Die Taschenlampe können wir mal ablegen. So, dann würde ich sagen, laufen wir los und holen die restlichen Stämme. Aber es waren nicht mehr viel. Das waren höchstens sechse. Die schnappen wir uns noch. Und dann düsen wir auch schon los, hätte ich gesagt. So. Kurz prüfen. Prüfender Blick. Die sind weg. Komm, wir machen es schnell auf die altmodische Art. Wir laufen. Ohne jetzt den Wagen. Da ständig zum mal drittieren und hin und her. So. Aber das war dann Hammer. So. Nur kurzer Moment. Komm mal gleich. Da ist doch einer mehr. So, so, so. Ah, ich sehe gerade, ich habe dich wieder verschoben mit der Kamera. Ah, das kam von gestern wahrscheinlich. Weil gestern habe ich ein anderes Spiel aufgenommen. Das startet am 6.2. Ist dann auch schon eine Woche draußen. Ja, und da habe ich mich übelst drauf gefreut. Und ich hoffe, ihr feiert es genauso. So, komm, den einen Stammlasser aber dann liegen. Der läuft ja nicht weg, glaube ich. Dann können wir los machen. Dann können wir los machen. Ich würde gerne noch mal in diese Höhle reingehen. Beziehungsweise als Schneegebiet. Gucken, ob da Wildschweinchen rumlaufen. Bin dann noch mal auf dem Rückweg an der Höhle. So, sollte es klingeln, dann kann es sein, dass mein Essen kommt. Weil ich habe nämlich noch Essen bestellt. Ja, aber ich komme gerade von der Arbeit fix getuscht, Essen bestellt und gleich ran gesetzt. Ja. Weil deswegen habe ich mir die Haare nicht gemacht. Nein, da setze ich mir lieber eine Mütze auf. So. So, den. Nehmen wir den mit oder nehmen wir den nicht mit? Nehmen wir mit. Wir üben ein bisschen das Fliegen, oder? So, wir gehen ein Stückchen höher, oder? So, 68 Stämme sind es noch. Voll gut. Wenn man schon ein bisschen was wegkriegt. So, jetzt pass auf. Hab wieder genug Energie. So, dann spring mal. Mal. Noch einmal. Und, et voilà. Autsch. Hey, warum schmeißen wir den jetzt hin? Wir nehmen mal mit. Sagen wir es so. So, am Schneerand abzackzackt, gell? Sollen Wildschweine sein. Auf der Seite waren keine Krokodile, gell? Das war bloß auf der, äh, gegenüberliegenden Seite von der Wand hier oder von der Mauer. Oder von der Bucht. Je nachdem, wie ihr wollt. Ne, schön. Kurz ein bisschen beobachten. Ah ja, da wo das Fähnchen ist, da müssen wir auch noch hin. Da müssen wir definitiv noch hin. So. Hier war doch auch eine Höhle gleich, oder? Und dann würde ich da den Gleiter erst mal abstellen. Ja. Ablegen. So, da ist unser Gleiter. Ja, was ist denn das? Ach, gucke an. Landschildkröten. Ist ja süß. Sonst gehen wir mal kurz da hoch. Und schauen, ob wir da die Wildschweine finden. Ja, die brauchen wir ja auch noch. Das ist ein Hase. Hasi, Hasi. Und dann gucken wir jetzt mal nach einem Wildschwein. Ja, die ist kalt. Welche Höhne? Ich wechsle zum Bogen. Der war hier. Ah, da ist noch ein Dorf. Bei dem war man noch nicht, gell? Man juckt mir gleich das Niesle. So. Ich bin jetzt schon nass und mir ist kalt, ne? Da ploppt der ganze Loot auf. Hast du gesehen? Hi, waren wir hier schon mal? Nee, gell? Warum ist denn da das Cover laufen? Ist eine Bank, die zerstört ist? Ah, hier gibt's auch Kettensägen Benzin. Okay. Schon mal gut. Äh, was war denn das? Äh, Schweinteil! Dich wollten wir doch! Ja, das ging doch echt schneller, als ich dachte. Ja, voll geil. Sag mal, was krieg ich denn da ein Fleisch raus? Hat er mir gleich so umquemst, weil ich jetzt einen Schaden von dem Viech kriege, oder? Scheint der fast so. Riecht das Fleisch auch noch nicht? Oh Gott. The Coal? Äh, Leak. Naja, so weit war das jetzt nicht, gell? Da sind Rehe. Drei Stück. Alter. Boah, Schock. Hab ich mich erschrocken. Ich hör nur dieses... Bitte geht weg. Geht weg. Was willst du denn? Geh weg. Oh, der war gut. One hit. So, die Pfeile hätte ich gerne. Wieder super. Und den Hals. Yes. Den Hammer. Läuft. Ich möchte gerne diesen Kälteanzug machen. Und dann haben wir den auch schon mal gemacht. Boah, ich kann es vielleicht nicht mehr mitnehmen. Was haben wir denn jetzt alles da? Ja, guck dir das an. Zweimal Reh. Zweimal Wildschwein. Warte mal kurz. Wärmeanzug. Oh. Oh. Aber eine Sperrtasche können wir machen. Dann machen wir eine Sperrtasche. Wollen wir eine... Ja, machen wir eine Sperrtasche. So, jetzt pass auf. So, das Rehfell ist schon... Ich habe doch einen Pfeil hierher verschossen, oder? Ja, jetzt pass auf. Ich möchte diesen Wärmeanzug machen. Ja, machen wir erstmal eins nach dem anderen. Zack, 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 zack. Tücher. Was war das noch? Dreimal Seil. Zack. Sehr schön. So, die Typen. Ah, jetzt kann ich das ausprobieren mit der Axt. Leute. Draufdebbern und anzünden. Oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. So. Jetzt pass auf. Ja, es funktioniert super. So, dann warten wir noch bis... ...der da völlig verbrannt ist. Dann können wir nämlich die Knochen sammeln. Nee, super Tipps, die ihr mir da gegeben habt. Ähm, nur... Ich weiß jetzt nicht... Ähm... ...die Geschichte mit dem... Na? ...mit dem Lager. Wie man das verdoppeln könnte. Das weiß ich nicht. Wenn ihr mir da einen Tipp habt... ...wie das funktioniert... ...oder die Tastenkombination ist... ...dann wäre das schon echt geil. Was war das noch? Tücher, ne? Wie lange haben wir jetzt noch? Fünf. Warte, da fehlt einer. Wo ist der Knochen? Das ist der... Da ist der Knochen. So, gleich anziehen. Tragen. Trinken. Sehr gut. So, dann mal ein bisschen Knochenrüstung... ...bisschen Tarnung. Das läuft. Cool. So. Oh, völlig Schnauze getroffen. Und... Nehmen wir das Feld gleich mit. Vielleicht... Ja, gut. Schade drum. Aber ich würde trotzdem jetzt heimlaufen wollen. Kommen, den nehmen wir auch noch mit. Ja, zu langsam. Hat er genommen? Tick höher. Yay. Der war gut. Richtig gut. Sehr stark. Voll gut. Ein bisschen die Plattform baut. Ein bisschen das Wildschwein jagen. Durchgeführt. Ein paar Hirsche. Sehr stark. Jetzt hängen wir noch das Fleisch auf, bevor uns das weggammelt. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen. So. Jetzt müssen wir doch da gleich an der Höhle sein, oder? Ne, ich bin dran vorbeigelaufen. Die ist nämlich da. Das wäre es jetzt noch. Äh, ne. Ah, das ist die alte. Die war doch vorhin auch beim Dorf. Ah, das ist kacke. Ich muss irgendwie in Höhe gehen. Das ist doch gleich da vorne. Puh. Zwei Meter. Die hat einen Gegenwind. Definitiv. Da war irgendwas. Oder ich bin am Boden hängen geblieben. Das kann natürlich auch sein. Ne, cool. Freut mich. Haben wir ein bisschen was geschafft. Und nochmal ein Dorf gefunden. Komme ich da hoch? Das wäre mega. Ja, da kommen wir hoch, gell. Ja. Sehr schön. Und einmal hinlegen. Und einmal hinlegen. Fleisch aufhängen. Und dann wird es mir auch schon wieder dunkel. Aber ich sage, machen wir jetzt vorab schon mal ein bisschen Folgenende. Weil ich weiß nicht, wie viele Minuten ich schon habe. Weil die Zeit, die da angezeigt wird, jetzt bin ich bei 41 Minuten. Ich glaube, das passt nicht. Ne, sehr geil. Super. Wir haben Fleisch. Richtig gutes Fleisch. So, zack, 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 zack. Das war es, ne? Ja. Sehr gut. Richtig gut. So, dann speichere ich nochmal. Nehmen wir nochmal den hier. So, nochmal gespeichert. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, ähm, gehen wir gleich weiter. Ich wollte eigentlich in die Höhle gehen. Da werden wir dann auch reingehen. Noch einmal. Weil das sind bestimmt noch ein paar Sachen, die ich übersehen habe, weil es so dunkel war. Aber jetzt haben wir ja eine Taschenlampe. Alles klar. Also dann, jump ich in die nächste Folge rein. Und da kommt auch schon mein Essen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut. Tschüss. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020